heil leute willkommen zur neuen folge minecraft heute habe ich wieder mal ein blujeti mit mikrofon dabei aber jetzt ist es natürlich immer dabei aber ich finde es einfach so toll dass ich es auch noch immer wählen muss und falls ihr es bemerkt habt ich habe fov auf 130 das liegt daran dass dann bitte minecraft optionen dass man dort einstellen kann wie viel fov man hat dass er die sicht weiter wie viel grad 30 und jetzt zum beispiel hier ist das logisch ist mit 999 frames auf unlimited ist es ja größer ja egal unlimited bedeutet eigentlich 260 da habe ich herausgefunden ja das ist eigentlich ein fake vor 260 ist mir auch schon viel mit meinem 50 fps okay wir schauen was wir machen können hier am besten treppen wir gehen in den wald und bauen mal bei markt wenn wir das haben dann könnten wir auch das machen aber nein denn nichts also ist ein abbauen und ich finde dass das irgendwie toll mit dem fv also zum glück kann ich drücke ich nicht ständig drauf jetzt wieder auf 0 bis jetzt ist ja da macht es eigentlich sehr spaß sind und ich habe den lady mod dabei der mit ziemlich gefällt okay das haus sollte bald fertig sein warte die einstellungen hier sind warte die einstellungen hier sind warte die clock brauche ich nicht das brauche ich nicht warte ja das sollte eingeschaut sein das war ich nicht noch mehr vor es wird ziemlich schlimm das muss man so zusätzlich machen ja sonst sollte ja sonst sein ähm das ist verwirrend games roll so an aber kann ich seine eigene welt ziemlich unlogisch aber es ist dort so das muss halt so entschuldigung wir schauen was hat es hier noch okay nein wir brauchen treppen nicht allzu viele und eine stufe ein paar stufen damit ihnen schön häuschen machen können ja aber ich habe den modus geändert vom mikrofon warte ich ente noch mal um ich glaube das ist am besten ich weiß selber noch nicht weil ziemlich unerfahren mit mikrofonen nicht nicht sehr lange darum kenne ich mich nicht aus komisch dass ich kein augenkrebs bekommen von diesem erfahrung ja dass du es ziemlich laut wir brauchen suppen oder so etwas ähnliches aber wir haben ja fleisch und zwar sehr gemerkt ob ich habe kein text spektriene sondern also doch habe ich habe ein kleines team das ob die meisten von mir ich habe 10 a davor hingemacht damit dass immer zu fort ist ist da in dieser reihe dann das ziemlich so praktisch gehen also können wir nicht warte okay ich denke ich mache noch ein paar level und dann schaue ich mal zu tiefen und gefallen okay wenn ich da irgendwo heißen das so ähnliches finde oder kohle wenigstens dann könnte ich dann ein paar level machen reisen ja nicht gerade gut aber können wir brauchen und dieses textback ist optimiert also besser was das normale textback nicht so eine hässliche klinge die man so lange ist selbst in zwei pixel verkleinert dass die man schwert glänzt zu mir bläulicht nicht so mehr dieses andere blaue weiß nicht wie das heißt ja 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 mit nach seiner Art Stollen machen jedes Mann nennt dann könnt ihr hier okay hier okay schauen wir mal was es gibt ähm sieht das so schöner aus oder nicht ähm ich weiß es leider nicht ich mach es mal so ja doch das sieht toll aus einfach das hier nicht darum schaue ich noch was ich machen kann ähm naja stimmt ich könnte mal egal ich mach das später mal ja jetzt ist es ziemlich unnötig nötig okay haben wir noch weizen können oder nicht äh doch wir haben ein paar damit wir schauen können das mit denen dieses große feld am pflanzen können ja das ausschalten für diesen baum wegfetzen ich freue mich so offen naja es kann sein dass ich vielleicht genau an silvestern video mache aber ich weiß es nicht aber ich weiß genau noch vor zwei jahren um silvester habe ich oder vielleicht zwei tage vor habe ich wenn wirklich man mein erstes video gemacht es war so ein video wo ich gezeigt habe 13 türen einfach die sprints taste gedrückt geholfen und dann einfach die ganze zeit durchgerannt ja weil ich das damals ein paar mal gesehen habe und ziemlich cool fand habe ich einfach nachgebaut mit 13 türen dann vielleicht 20 ja ich habe ein bestes versucht aber ja das ist vielleicht nicht so toll geworden aber egal dann können wir in diese chance zu kombinieren und sonst nichts mehr hat es da irgendwo noch hat es da irgendwo noch ah hier wir gehen zu diesem tinten fisch es hat mehrere dann können wir seine von level stützen und sollen wir verrückt dann um 31 dezember vor zwei jahren habe ich einfach mal ein paar videos gemacht es kann sein es waren vielleicht sechs oder so also sieben ich hätte einfach mit den freunden ganze zeit dann videos gemacht diesem tag vorigen tag auch spannend wie alte zeiten das worden was man früher gemacht hat das ist einfach immer lustig und ich habe 20 die kunerbalken das geleckere skelett nicht auf nicht aufrecken okay dann muss ich es als schlachten damit oben geh weg ab dann habe ich ein paar level und könnte mir ein paar sachen verzauern wie zum beispiel die ganze rüstung haben wir eigentlich ein paar leder oder nicht dann könnten wir sachen verzaubern wie wild ja leder haben wir dann haben wir auch noch zuckerroh dann steigt noch ein paar sachen ich mache nochmal holzgne besser nicht ich mache eisen dann hier das ganze rhein acht vätern ich mache ein paar bücher einfach so lustig und schon fast vor drei jahren habe ich videos gemacht also früher habe ich so lego stop motion gemacht wer es nicht kennt also man haltet eine lego figur hin und ein bild machen und dann tut man ein foto machen und dann wieder die figur bewegen am schluss hat man viele bilder tut man sie aneinander rein und hat dann einen film dann habe ich natürlich sehr viele gemacht ja es waren früher viele hater da die war mir egal aber dann derzeit hat sich mich genervt effizienz glaube ich habe ich jetzt das ok schutz ist besser dann ok schutz 1 aha perfekt dann können wir da noch ein paar bücher rein tun natürlich haben wir eine sehr gute schaufel aber ein paar level bräuchte ich mir doch noch weil ich habe jetzt mal diesen schönen zaubertrank nee zauberantisch bekommen durch den feiern ok die angel habe ich hier vielleicht könnte ich mal angel gehen oder warte ich habe doch sicher noch ein bisschen kies ich könnte mal auf kies suche gehen weg noch ein bisschen besser aussieht dann noch eins wir fahren diese lego stop motion mein längstes video war drei minuten lang und das habe ich für extrem gefunden weil ich das sonst nicht geschafft habe ich weiß auch nicht diese mos eisley cantina in star wars habe ich noch gebildet und auch so ein stop motion gemacht ich war sehr glücklich darüber natürlich habe ich alle filme auf youtube hochgeladen ja ziemlich witzig kann sein dass ich meinen alten konnoll bald sperre ja vielleicht kennen ein paar vielleicht auch nicht ist mir egal ich sperre bald ok was wollte ich jetzt machen ah nach kies suche ne so das ist das der weg 100 und 30 so ok hier und lieben wird jetzt sie stelle machen und singen auf der selben wird das haus machen oder was auch immer vielleicht geht das vielleicht auch nicht ok aber Diamanten suchen wäre noch toll vielleicht schaffen wir das noch in dieser Folge aber so ein Zombie nervt doch ich habe eine Frage an euch soll ich kürzere so lange Folgen machen damit weil ich nicht langweilig wird und oder soll ich die spannende gestalten oder 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 was wünscht ihr euch von mir es war ja Weihnachten gestern ja darum das ist recht toll also es ist dann fast ein Weihnachtsgeschenk sozusagen wenn ihr irgendwas einen Mund habt ich erfülle euch alles außer natürlich 10 Stunden einige Videos also dass ich 10 stücke Video Zeit habe um das ganze zu schneiden das habe ich keine Lust weil ich will auch andere Sachen machen ich bin jetzt noch kein kein Fulltime YouTuber noch nicht werde ich natürlich sein ok wir gehen da in die Höhle rein bald aber zuerst muss ich ein paar Schweine schlafen damit uns Essen besser schmeckt und nicht ausgeht und nicht ausgeht oh hm ok auf der 3 hätte ich gerne werde ok hier haben wir nichts den Kompass haben wir natürlich nicht mitgenommen super dann finden wir natürlich nie nach hause ok richtige Koordinaten da kann ich das nicht merken kann ich die Koordinaten einblenden kurz ich blende sie mal die ganze zeit ein damit ich mich nicht verlaufen kann oder zu weit weg gehen ok oh ein Spinnenspawner ähm da brauche ich aber ok berotte das Fleisch schmeckt so nicht gut aber ist mir jetzt egal ok ich baue das bisschen mit dem schlechteren Schwert ok 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 das ist mir gefährlich oh da bekomme ich natürlich sehr viel XP ok ähm wir fahren das ab naja es werden viele Level aber ich höre auch sehr viele Endermans Endermänner ok ok Eisen für ein paar Armbosser oder sowas naja und wisst ihr was ich mir komisch vorstelle jetzt wenn zum Beispiel alle Server ähm die ganzen Gegenstände die vorkommen das heißt zum Beispiel die in SkyWars die Kids oh aber keine Kisten oben ist ähm jetzt zum Beispiel in SkyWars bekommen die Punkt nett ähm dass dort alle Kids ähm zum Beispiel alle Überlebensmodus erfarmt wurden das wäre noch ziemlich spannend natürlich ist das nicht so und vielleicht versteht dich auch versteht ihr auch nicht was ich meine aber ja einfach nur der Gedanke ok ok Lehmblücke wären gut hab ich jetzt auch gemacht es wäre noch spannend zu wissen wann eigentlich diese Kisten verschwinden diese Weihnachtskisten ähm ja ziemlich spannend ok wir bauen natürlich ähm diese musiken Steine ab ok wir schmeißen was weg nämlich das schärfe eins schwärzt nicht natürlich nicht ähm zum Glück ähm hat's die Steine nur am Buch sonst hätten wir zu lange und die Spinnen und die Spinnen schreien herum und die Spinnen ähm ich finde das Grün eigentlich nur recht saftig ja ja ok ich glaube wir müssen nach Kiesuche gehen nach Kiesuche macht jetzt nicht mehr Sinn aber egal ok ok genug Steine haben wir noch nicht da war ich noch ein bisschen ab das ist natürlich alles ich war früher mal auf einem Server wo ähm ähm Musiker Stein sehr wertvoll war da habe ich einem irgendwie fünf musiksteine gegeben was ich Cobblestone und er hat mir dafür acht Diamanten oder sogar neun gegeben da war ich froh und auf diesem Server habe ich auch Ditzel kennengelernt ja ähm wir haben wir auf dem Reload XR ok ok was haben wir hier noch ähm an der Höhle hier geht's nicht doch noch ein bisschen weiter ich geh da noch ein bisschen rein was da nichts finde dann ist mir das egal ok ok Kies haben wir ähm hätte ich fast übersehen aber was schmeißt wir weg was ist sonst nicht oh und er sieht's womit ich hasse das diesen Bug aber ich hoffe ihr habt nicht meine Passwörter gesehen aha natürlich habe ich keine Passwörter dann offen man kann sie eh nicht lesen das einmal habe ich ein Video gemacht so tat man ähm kurz ein Bug gesehen wo man meine Passwörter gesehen hat aber ich ich habe die Stelle nicht mehr gefunden weil das Passwort war uns darum muss ich das für leider löschen aber ich habe keine Passwörter nein ich schaue nochmal ob ich alles flache ja ich denke Schuhen Kies ist wertvoll manchmal für Wege zum Beispiel aber sonst nicht okay ok schmeißen das weg und das ok 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 und früher hatte ich mal so eine Let's Play Serie und die ich glaube nur drei Folgen lang gegangen ist ähm ich weiß nicht mehr wann aber ich glaube ähm ähm äh ich glaube von einem Jahr also im 8 Monat von 2014 ich bin zu dumm um zu rechnen dann weiß ich das nicht genau ok hier ist Wasser hat der Urlaub ist okay nein ok weil ich spät müssen muss ich mir eh ähm Federvollschuhe machen weil ich eh eh sehr unversichtlich bin dem Ganzen um voll zu knapp damit ich nie wieder runterfalle Federvoll 4 wäre natürlich super aber Federvoll 3 ist auch gut bekommen wir in diesem Kitz beim SSN Kitz gibt es natürlich auch Federvoll Schuhe aber natürlich nur Level 3 sicher spannend ok so diese Folge wird vermutlich lang aber vermutlich auch nicht ähm 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 und zombie aber natürlich vielleicht und ich sehe nichts doch aha ok ich würde sagen wir bauen dieses Eisen ab wieso ich würde sagen ich sage es ja gerade warte ähm nervigert zombie ooooh heiliger gott wir haben eine kiste aber was ist drin ja nichts spannendes ich schaue noch weiter vielleicht finden wir noch was bis ok also mit on auf nichts gebraucht nichts gebraucht und hier zum kitzel für pilzzucken aber ähm wir haben es maragde oder mindestens eine das ist natürlich sehr gut ich schaue jetzt so ernst in die kamera rein ok leider nur einen aber egal ok aber wir für brauchen dann am THAT zum handeln mit dem top das ist ja zufall schon wieder gold natürlich das ist nicht schon genug wird vom zufeld ok ähm was werfen wir jetzt weg ok gold jetzt gegen schilder so wird es nicht okay okay und wir werden schon vergiftet okay local difficulty 80 schauen wir mal was habe ich denn so gemacht games quits 21 ja keine ahnung habe ich jetzt noch nicht 21 vorgemacht aber egal schon sechs stunden habe ich damit verbracht blöcke abgebaut stein am meisten gebracht habe ich erde und holz habe ich auch viel gemacht gegenstände ich benutze heißen spitzer gemeißen dann gemacht habe ich eisen also vermutlich ist damit der ofen gemeint kaputt gemacht habe ich auch eisenspitzer okay ich weiß nicht mehr welche richtung keine ahnung und hier haben schon wieder gold sehr gut ich fühle mich wie krank grieger und grieger und kiesan kann dann aber und schon wieder es mag das kann einfach nicht sein ich werde wahnsinnig da hat er nicht nur bildschirmfoto ist das ist das egal so eine zufahrt ich noch nie drei markte hintereinander es mag das sind ja so selten geschafft es mag das nicht so selten und ich bekomme sie einfach drei stück hier haben wir eine kiste effizienz 3 oh mein gott nach ist was ist das für ein glück kürbis samen so ein glück käses brot vielleicht brauchen aber nicht umdinkt die fokken nur verschwenden ach schon wieder gold gold aber ich weiß jetzt nicht ob wir da noch was finden aber also ich finde weil ihr spielt eigentlich so zu sagen nicht mit ich habe gedacht er kämpft mehr so schwach 64 seile hatte ich noch nie das ist so ein glück das war das ein pack ja vier smaragde ich werde wahnsinn sind ach hätte ich einen besseren pc aber für das was ich mache reicht es aus zuerst play 60 fps erreicht es aus aber für gold reicht es natürlich hundertprozentig aus goldreich bin ich aber nach dieser spitze könnte kaputt ist dann gehe ich bestimmt drauf bestimmt drauf und kämpfe gegen bis okay wir finden hier nicht mehr aus weshalb nur oh mein gott komm geh raus okay da muss ich also links rechts abbiegen oh hier war ich noch nicht ich gehe jetzt tief runter und schuld an die kiste und was ist denn ja millionen sah man das ist gut ne ähnlich und dann sattel was soll jetzt wegschmeißen ich habe so viel wird ich glaube ich muss es wagen und schmeißen auch mal oh nein wieso soll es was okay okay kitteln das kaputt ok ok um ja bei mir wir gehen nach oben haben wir wieder gold das können wir machen ich habe schon fast die die hälfte von heißen natürlich nicht so viele wann finden wir wieder mal den ausgang und findet ihr es komisch dass ich springten auf e habe die mit b und die sieben und die sieben auf c und die acht auf umschalttaste und jetzt schon wieder ins marat 50 markte sind es markt und jetzt habe ich schon wieder goldrausch goldrausch schutzmaragdrausch raus 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 schon der 6 nicht schon wieder aber bohr was ist drin lapis lazuli gold blut um die sattel ist praktisch ferne äpfel erinnern nicht bildet muss es wagen das ist nicht normal müssen wir für 14 aber trotzdem im ersten Tag dass die Monten er ist jetzt auch nichts der Kulier aber einfach zum Schimpfen schon wieder kurz langsam ist gold wertlos wertvoll aber irgendwie wertlos geworden und wohl bemerkt wertvolle sachen gibt es nicht so viel auf der erde zum beispiel diamanten sind wertvoll dann gibt es hier nicht zu viel auf der erde warte was mache ich wir müssen nach oben sonst wird mir eiskalt sterben ich merke die folge zieht sich zu fest in die länge aber kommen sagen wir mal heute ist der 26 heute ist ein langer tag und so hat er mir viel zeit und haben natürlich zwei minen fahrzeuge redstone brot net auch wieder gold das könnten wir weg tun ich weiß es nicht noch kommen dass wir das stehen ich bin zu genug wenn ich dann rausgehen aber es kann sein das kann sein mh 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 okay mh mh d wird gleich schon komm ich sage mal gehen wir endlich mal raus mir ist es egal komm ich habe es gewagt schon Ende wie P die mehr ist auch und das betrifft mit tun jetzt meine spitze kaputt gehen würde gut meine freude jetzt beginnt es